Musik Dies ist endlich mal ein Programm, das freiwillig kommt. Da kannst du dir selbst als Landwirt überlegen, ob du da mitmachen willst oder ob du es sein lassen willst. Wir sind ja hier im Blockland. Das ist das größte Grünlandgebiet Bremens, 3000 Hektar. Die Gebietsbetreuung ist so ein Klammerprojekt für das gesamte Management der Natura 2000 Gebiete hier in Bremen. Dazu gehört dann ein Wiesnvogelschutzprojekt, Anlage von Kleingewässern, Anlage von Blenken, Entfernung von Gehölzen. Dazu gehören auch Marktgutübertragungen und ein wesentliches Kernelement ist auch noch das ökologische Grabenräumprogramm, was wir hier vor etlichen Jahren entwickelt haben. Das Gebietsmanagement funktioniert eigentlich relativ simpel. Wir sind das ganze Jahr draußen, 24 Mal im Jahr, das heißt im Durchschnitt alle zwei Wochen, in der Brutzeit auch häufiger. Wir haben ja hier ein Schutzgebiet, welches ausgewiesen wurde zur Erhaltung bestimmter Tierarten, also vor allen Dingen Vogelarten, aber auch bestimmter Feuchtwiesen-Lebensräume. Dementsprechend gucken wir natürlich in der Vogelbrutzeit, also so von April bis Juni, insbesondere nach den gefährdeten Wiesnvögeln. Und es geht dann natürlich auch im Herbst, Winter um rastende Vögel, Gänse, Schwäne vor allen Dingen. Bei diesem Gelegesschutzprogramm ist das natürlich auch so überhaupt kein Flächenverbrauch. Da sind zwei Stöckerstegen da und du hast eine minimale Ecke, die du aussparst, die du nicht mehr mehst. Da hast du mit minimalsten Flächenverlust maximalsten Erfolg. Vor 15 Jahren stand man sich hier noch sehr konfrontativ gegenüber. Da hat sich Naturschutz und Landwirtschaft eigentlich noch nicht wirklich gut miteinander vertragen. Und wir sind hier angefangen in sehr offener, transparenter Art und Weise mit einigen Landwirten etwas zum konkreten, praktischen Schutz von Wiesnvögeln uns zu überlegen. War zuerst schwierig. Ich sag mal, als wir hier angefangen haben die ersten Jahre, ich war glaube ich mit einer der zweiten oder der dritten, die bei diesem Gelegesschutzprogramm mitgemacht haben. Und dann war das auch so, sag ich mal, dass die bei der Feuerwehr haben gesagt, was, du machst da mit sowas? Was soll das denn, dieser Spaß und sowas? Ich sag, du, hab ich los zu, mach ich gerne und fertig. Bereits nach einem Jahr konnten wir darlegen, Naturschutz, Artenschutz tut gar nicht weh. Im Folgejahr waren nicht nur drei Landwirte, sondern schon 13 Landwirte dabei. Und dann hast du so den letzten noch dazu reingekriegt, dass du gesagt hast, du musst da mitmachen. Daher haben wir jetzt auch mittlerweile 100 Prozent, sag ich mal, weil keiner schließt sich dem mehr aus, sag ich mal. Das ist das Schöne daran. Das gegenseitige Vertrauen aller Akteure ist eigentlich das A und O. Der Landwirt darf uns auch nicht als Ökopolizei ansehen. Die ganze Sache muss, das ist fast das Wichtigste, die muss Spaß machen. Sehr wichtig ist, hier immer mit dem gleichen Team aufzutreten. Du musst den Leuten nur noch sagen, du, fahr zum langen Kampeln und die wissen Bescheid, wo der lange Kampel ist. Du brauchst gar nicht mehr viel zu erklären, weil die wissen das, weil die ewig Jahre hier sind. Und das ist das Schöne daran. Naturschutz, das ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe, auch die wir Landwirte haben. Und ich sag mal, keiner ist mehr mit dem Naturschutz verbunden wie wir Landwirte. Und wenn ich mir das überlege, bei diesem kleinen Bremer Gelegesschutzprogramm mit wenig Geld und maximalen Erfolg. Und das ist das, was mich da auch so begeistert. Und wenn ich dann gesehen habe, was wir da mitgemacht haben, mit diesem Gelegesschutzprogramm, dann muss ich sagen, haben wir alles richtig gemacht. Und deswegen brenne ich dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020